Ja, ich bin wieder heiß und es geht wieder los. Wieso machst du eigentlich zweimal hintereinander eine Anmoderation? Das kann doch nicht sein. Egal. Ich möchte an dieser Stelle mal Baguette-Roulette für diese geile Map danken. Ja. Und? Ja, sag es. Ich möchte mich auch bedanken für die Map natürlich. Und ganz wichtig, wir haben es geschafft, dass ich seinen Scheiß-Namen nicht mehr sehen muss. Das heißt, ich kann jetzt hier mich frei bewegen, ohne dass ich hier sneaken muss. Das heißt, ich werde gewinnen. Das wirst du nämlich nicht. Die Map ist übrigens relativ klein. Also es ist jetzt hier nur so ein Mini-Brawler. Oh. Ich bin gut ausgestattet, dann. Und deswegen haben wir gesagt, es gibt auch keine Feuerzeuge und keinen Sprengstoff hier in dieser Welt. Och, das ist hier geil. Ich habe gedacht, da kriege ich mal geile Goodies und was ist das da drin? Nichts. Dann bist du schon wieder so still. Alter. Ja, wie man sieht, wir haben unsere Gier ein bisschen verringert. Jo. Damit ich dir richtig auf die Fresse hauen kann hier. Dafür ist das da. Oh. Was machst du denn jetzt? Okay. Okay. Ich krieg dich. Du bist ja gar nicht mehr. Oh. Nein. Mann, was? Wie? Das geht ja gar nicht. Das ist technisch nicht möglich. Wir haben versucht, da rauszukommen. Da möchte ich eine Revanche haben. Okay, kriegst du. Wie ist das denn technisch möglich? Kriegst du, kriegst du Revanche? Best of three, oder was? Ja, kann man machen. Wieso? Warum? Also, wieso? Ja, danke. Ach so, okay. Das heißt, Revanche ist in deiner Sprache jetzt. Wir spielen einfach nochmal und wenn du da gewinnst, dann ist es vorbei, oder was? Das ist ja Quatsch. Ich hab dir doch da mehrfach einen draufgesetzt. Das muss ich nachgucken. Ich freu mich, den Mittwoch. Okay. So, wie machen wir das jetzt? Ich bin ja noch im Inventar. Ich kann dir das ja einfach geben. Wo bist du denn? Nee, ich... Na, Moment. Ich geh wieder dahin, wo ich herkam. Hallo, ich seh dich. Ich bin gerade... Was? Ja? Das ist ja unglaublich. So, nee. Nee. Jetzt musst du das auch nehmen, ne? Das ist ja nicht meins. Ich nehm das, ja. Ich glaub, ein Boden. Im Moment, ein Schwert. Hallo? Ja, das hab ich zerstört. Ja. Ja, das ist... Also, ich bin gerade echt. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hab dir doch zuerst... Ich hab dich immer getroffen. So, jetzt. Hau ab. Ja, okay. Ich bin weg. Was ist das hier? Das kann doch nicht wahr sein. So, sag, wenn's weitergeht. Du bist doch schon wieder stinke hier, der Prius. So, ein Stinkigen, ne? Okay. Dann kann's weitergehen. In 3, 2, 1, los! Runde 2. Oh, da ist es schon wieder, ey. Das gibt es nicht. Ja, ja. Ja, das ist alles schon so ein bisschen klaustrophobisch hier. Jetzt ist es vorbei. Ich krieg hier langsam Schiss. Wo bist du? Ich find's übrigens schön, mal so eine kleine Map zu spielen, wo man sich da wirklich pausenlos auf die Fresse haut. Was? Wo ist er? Boah, Kamiserie. Nein! Oh, verdammt! Ich hab erst vergessen, dass ich ja nun mal noch... Verdammt! Ich hab ja schon Schaden gehabt. Hab ich ganz vergessen. Verdammt, so ne Scheiße. Unglaublich, ey. Läuft bei dir heute, ne? Ich hab ganz vergessen, dass ich ja nun schon Schaden hatte. Du hattest ja nur die Hälfte. Okay. Wir haben jetzt 5 Minuten. Willst du nochmal? Ja. Warum geht das nicht? Endlich. Also, ich hab schon gewonnen, aber ich würd sagen, für die nächste Runde machen wir nur Streichhölzer und TNT. Als Ausgleich dann? Ja, nur damit... Ich mein, das ist Maddy vs. Priest und da muss irgendwas in die Luft fliegen. Achso. Achso, für die jetzige Runde, oder was? Ja, ja, jetzt. Achso, ja, alles klar, gut. Also, nur Streichhölzer und so ein TNT. Das ist auch mal cool. Ich dachte, du meinst für die nächste, äh, der Mittwoch darauf. Nein! Das ist ein Schissen. Okay, wie viel TNT ein bisschen, ne? Einer heult. Also, ich hau mir mal ein paar Stacks hier rein. Ja, ich auch. 5 Stacks, ist gut? Ja, das ist gut. So, und... Zündel, zündel... Boom! Feuerzeug. Auch mal... Wissen das? Auch mal viel. Ja, das ist gut. Dann machen wir das doch so. Äh, ne, so. Zündel, zündel. Boom! Und Essen auch, ne? Ach ja, Essen. Ja, klar. Das hab ich ja ganz vergessen. Das ist unglaublich. Ich hab ganz vergessen, dass ich ja schon Schaden hatte. Kannst du das sehen? Ja, das war schön. Ich hab gehört, wie du da die Glasscheiben zertrümmert. Ja, ich hab dich da ja gesehen, wie du da hochgeschissen bist. Und dann, ne... So, null. Hab ich einfach mal die Chance genutzt, dich ein bisschen zu harassen? Harrassen, wilder. So, wie machen wir das? Also, es geht ja darum, den anderen zu killen. Ja. Sag Bescheid, wenn's losgeht, ne? Ja, ich glaube schon. Geht's wieder darum, erst wie immer. Okay, Game Mode. Zeroes. Und... Drei, zwei, eins. Los! Das muss ich erst mal machen. Geht darum, den anderen zu killen, vielleicht. Das stimmt auch ganz lustig hier. Also, eigentlich hab ich ja schon gewonnen. Sowas... Ach, komm. Die Runde ist eigentlich schon vorbei. Und das heißt jetzt nur noch... Aber nicht abbrennen, es muss durch TNT passieren. Ne, abbrennen geht auch. Abbrennen geht auch, sagst du. Natürlich geht abbrennen auch. Moin. Okay, jetzt hauen wir mal ein paar Gurken durch die Gegend. Da hinten ist er. Da hinten ist er. Wo, wo ist... Wo bist du denn? Ja, da auf der anderen Seite. Das ist ja so'n schönen Krater haben wir hier ja reinges... Reingesprocken. Wurstblinker? Ja, hab... Okay, jetzt bin ich aber gerade ein bisschen dangerous unterwegs. Dangerous? Oh, scheiße. Alter. Ich seh'n halt kommen, ey. Ja, ich doch, ey. Wir laden Großbritannien hier, ne? Ja, jetzt... Jetzt ist hier... Ach, komm. Schwein da runter. Oh, nee, 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 nee. Das geht so nicht. Ja, das geht so gut dann, ey. Okay, bald kommt die Szene, wo wir uns dann hier mit TNT rüberbauen müssen. Ich glaub's auch. Oh, hier ist, äh... Das ist ja schon ein bisschen frech, das können wir ja gar nicht wirklich springen. Ja, mach mal bei dir noch ein bisschen Stress und Randale. Okay. War nicht bei mir, als ob das jetzt hier so mein... meine Hood wär hier. Natürlich ist das deine Hood. Jududu... ...we're the breeze. Okay. Jetzt mal ein bisschen super dangerous in diese... Hi. Hi. Moin. Ich nehm das gar nicht mehr ernst hier, das gefällt mir nicht. Ja, ich nehm das sowieso nicht mehr ernst hier. Los! Was los? Nein, nicht jetzt. Ah, jetzt nicht da rein. Ah, jetzt nicht da rein. Oh Gott. Hat er nicht, schade. Kacke, wie komme ich denn jetzt wieder raus? Wo ist er? Ist er da rüber oder was? Ach, da unten ist er. Ja, toll. Hätte ich jetzt nen Bogen, dann würde ich natürlich gewinnen. Ja, haste aber nicht. Erstmal was essen. Das ist wichtig. Oh Gott. Sag mal. Und hier unten ist alles voller Bedrock und Obsidian und sowas. Das kann man ja gar nicht sprengen. Das ist ja frech. Ich glaube, das wusstet ihr vorher schon. Oh, wow, 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 wow. Oh ne. Oh, verdammt. Ich glaube, das führt hier nicht zu nem guten Ende. Ich glaube auch nicht. Ich glaube nicht, dass wir irgendeinen Sieger haben werden. Dadurch. Verdammt. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Oh Gott. Bloß weg hier. Alter. Hi. Ja, was soll ich machen? Äh. Wie machst du? Schade, dass... Also wir müssen doch mal so ne Geschichte mal mit diesem rüberbomben. Ja. Oh. Oh. Aber ich versuch gerade das auch mal ein bisschen hier zu machen, aber ich hab's irgendwie nicht drauf. Arme Schweine. Oh nein. Ja, bau dich rauf, Priest. Bau dich nach oben. Ist gut. Einfach mal so richtig schön auf so ner TNT-Land zu rumbalancieren. Das ist doch cool. Oh Gott. Die armen Tiere, ey. Die armen Tiere, ey. Die wissen gar nicht wohin. Nee. Gleiches Katakomben-Action hier, oder wie ist das denn? Oh. Oh. Ah. Oh. Was ich so tun? Okay, jetzt ist hier Schweineschnitzel angesagt. Okay. Das ist schon gefährlich hier alles, ne? Auf jeden Fall. Aber das ist auch irgendwie gut. Oh man, ey. Luft. Luft dich, luft dich. Luft dich, luft dich. Tralalalala. Tralalala. Tralalalala. Oh Gott. Jetzt ist Phase hier. Oh Gott. Oh Gott. Es ist aber auch scheiße hier mit dem Obsidian da unten. Ich hab gleich keine Böller mehr. Sag mal! Was ist denn das für ein Scheiß? Warum ist denn das hier so... Wir haben versucht, den hier anzuzünden hier. Echt, Mann, wie der Kack nicht funktioniert hat. Hau ab, Mann! Oh Gott. Hau ab! Nein! Ich renne! Ich renne! Nein! Ich renne! Nein! Nein! Das ist das Finale. Geweilen auf! Ja! Pinkelzwerg wurde durch Pinkelzwerg in die Luft gesprungen. Und Mad Baron wurde durch Mad Baron in die Luft gesprungen. Aber gute Runde. Aber kannst du sehen, wie bekloppt ich da wieder bin, ey? Wie bekloppt wir beide sind. Ah, herrlich. Also es macht Spaß. Macht Spaß. Okay. Hast du noch ein schönes Schlusswort? Ähm, ja, also war lustig und ich freue mich, dass wir hier diese Sneak-Geschichte wieder haben, diese Auto-Hide-Funktion, also von daher, das macht das dann doch schon, ich meine, das ist schon geil und dann macht's mehr Spaß auf jeden Fall. Jo! Jo! Also, bis nächste Woche dann. Bis denn dann! Jo! Jo!